So, schauen wir mal, was jetzt kommt. Okay, wir sind die beiden größten Schiffe. Interessant. Ryuku gegen Ryuku. Das muss heißen Midrush, Midrush! Okay, ich hätte jetzt eher gesagt D, aber wenn du sagst Midrush... Nee, D geht auch. Jetzt da das Event von den Zerstörungen vorbei ist... Ja, jetzt ist ja ein CV-Event. Du kriegst ja doppelte Erfahrungspunkte oder sowas als CV-Fahrer. Dann sind ja einige CVs günstiger. Ich glaube, es waren so ein paar Sachen. Ich bin da. Alles klar. Ja. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Hatten eigentlich deutsche WB2-Schiffe irgendwelche ja Aktivradare? Ja ich glaube für die... also Aktivradar in dem Sinne gab es glaube ich da noch nicht, aber da bin ich mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht sicher. Ich meine für die Zielerfassung gab es schon eine Radaranlage auf der Bismarck, die aber wohl nicht ganz einwandfrei funktioniert hat, irgend so oder was? Guck mal ob ich auf die Fuso was gescheit lande. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Glücksschuss über die Berge hin. Ha! Ein Treffer! Versuch uns mal an der Konvo. Okay. Die sehe ich halt so gar nicht. Ja das war auch nur Sekundenfremster. Na die dreht wohl schon ein ja. Die Fuso ist jetzt bei mir gleich wieder sichtbar wahrscheinlich. Da werde ich mal wieder... oh naja sichtbar. Ja hö hö hö. Ne. Kongo ist noch ein Van, die Pensacola ist auf 18km. Ja da hast du recht. Ja die dreht gerade ein. Ich versuch mal auf die Kongo. Ah vier Treffer. Nice. Ja Pensacola. Ja. Könnte man, könnte man versuchen. Wir könnten natürlich jetzt auch im, im Spirit des Spiels und des wahrscheinlich, unseres wahrscheinlichen Teams jetzt auch blindlings in Richtung Flugzeugträger rushen. Weil schließlich wir haben ihn jetzt gesehen. Also haben wir ihn ja im Grunde genommen mit unserem Urin markiert. Also dass das jetzt unser ist. So ich hab die König. Kongo kommt auch. Ah Berg ist auch voraus. Jo ich geh noch mal auf die Kongo glaub ich. Ich bin heute ein bisschen öklimatisch wenn ich hier immer ne ganze Zeit raushaue. Ja. Jawoll. Ah die Kongo schießt mit HE. Russo ist auch aufs Reitdähen. Ja. Richtung Stückerlängs Jo Weil er ist klein wie in sieben Kilometer Kommt auch nur Königsberg Oh shit, oh shit, oh shit, Torpedos Da habe ich überhaupt nicht aufgepasst Naja, da durfte sich jeder von uns einpacken Achtung, Achtung Achtung, ich komme da auf dich zugesteuert Scheiße, ähm Geh, fahr einfach weiter, ich habe die Bremse drinne Wir treffen uns nicht Königsberg oder König? König Ach, die fährt in eine andere Richtung, scheiße Alter, ich bin zu dumm zu scheißen gerade Oh, wir kommen mit dem Club Boah, manchmal gebe ich auch so Schüsse von mir ab Da werde ich dann doch ganz gerne die Äh, ich gehe auf die Kongo wieder Jetzt deckt die mich gleich ein Die sind nicht im Feuer gegangen Boah, bist du zu weit, ey Ich glaube auch Ah, ich bin getroffen Oh, frisst die Kongo, ein Torpedo Jawohl, das tut sie Sie fängt Dafür kriegt sie ein Like Rennen Jawohl, ich habe schon wieder den gesehen Ich mache den ständig seinen letzten Geschützturm kaputt Komm schon, ich will den versenken Bitte Bitte Nein Nein Unser Team hat die Führung übernommen So, geh mal wieder auf die König Oh, ich bin so gut zum Treffen Wenn ich so weiter mache, wird das nichts mit meinem Anime-Schiffchen Oh, hinter uns kommt gleich die Fuse ums Eck Ja, die wird es wohl aber nicht überleben Ach ne, das ist noch direkt in nem Berg Okay Unser Team hat die Führung Was ist das denn auch noch mit Bayern? Bei Bayern bin ich noch zu weit draußen Ja, ja, ich glaube Probier's nochmal mit der König, so anstandshalber Ah, wobei, so gewinnig ich keine Fahrkarte Die Bayern hat mich wohl entdeckt Das ist nicht so schön Dive Bomber Von vorn Ach, jetzt habe ich schon wieder ne ganze Saive rausgelassen Dann wollte ich doch nicht Aber wenn ich so davon habe, ist getroffen Nochmal Dive Bomber Scheiße, ich hab echt schon ne Glück Oh, Torpedobomber auch noch Ja, und ich hab das Reparatur-Glück hier schon Ja, vielleicht hast du Glück Voll idiot Hast du nen Wassereinbruch? Nein, glücklicherweise Ah, nochmal Torpedobomber Oh, Junge, Junge, Junge Nee, die fliegen weg Achso, achso Ja, stimmt, die fliegen weg, ja Hat man ja aber nicht alleine gelassen, ja Flugzeugträger voraus Ja, also wenn er sich so anbietet, ne Das ist schnell Das ist erstaunlich eigentlich, ne Fünf Flugzeugträger Das ist schnell Das ist erstaunlich eigentlich, ne Fünf Flugzeugträger So Ähm, die Bayern kommt jetzt raus in den Berg Ja 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 Die dreht aber wieder ein Die haben offensichtlich unseren Flugzeugträger nicht gesehen, der ist da nämlich äußerst exponiert Und ich fahr mit der äußerste Gülle zusammen Okay, okay Ich gehe da an Augen, doch diese Ja. Äh, Pizzicola? Alles in Ordnung, ja. Meine Pizzicola ist nicht so schwer, die zu geben. Ja. Jetzt dreht sie auch noch irgendwie komisch ein. Naja, da wo die Langfertig seh ich die nicht. Ich drehe mal einen für die Bayern. So. 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 Ich gehe auf Ostkurs. Mach das. 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 Ich habe mir auch noch eine kleine. Ich gehe wieder der ritterliche Nahkampf nach Punkten los. Oh, na klar, was hab ich denn da jetzt gerade wieder gefressen? Sag mal, rannt der dich jetzt? Jetzt hat der mich. Loll, was... was denn das für ein sinnloses Manöver gewesen. Ja, ich hab mal wieder nur Scheiße gespielt. Hm, wie fahr ich denn jetzt mal am beklopptesten? Gefecht endet in 5 Minuten. Naja, die König, die macht sich Richtung D und die Pensacola auch. Ja, fahr ich jetzt zwischen den Bergen da durch? Ja, ja, das ist das Beste. Okay. Das klingt so ein bisschen suicide-mäßig, deshalb bin ich mir da immer nicht so sicher. Naja, unsere andere König macht sonst was, aber nicht das, was sie soll. Ja, wenn sie wirklich mal einen Punkt einnehmen würde, ne? Das ist halt die Frage, was sehe ich denn als Oster? Sehe ich die Pensacola als Oster oder die König? Pensacola sehe ich sie, glaube ich, als Erster. Aber die werde ich wahrscheinlich in ner Scheiß-Feuer-Richtung haben, ne? Nö, die müsste direkt kommen, die müsste die... Naja, doch, stimmt, stimmt. Und jetzt direkt neben dir. Ja, 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 aber da ist der Berg. Da ist der Berg. Ne, auf die kann ich nicht schießen. Unser Sieg ist in Sicht. Naja, du hast den CV gerettet. Naja, so bin ich. Ich bin der Retter der Armen und äh... Naja. Aber man muss den CV mal eins zugute halten, er scoutet. Ja, nur noch 15 Punkte. Ach, nö, das heißt, den kriege ich nicht. Ich will den doch aber... Mhhh... Das ist doch Scheiße. Das ist doch Scheiße. Ach... Den hätte ich jetzt gern noch gekriegt. So war das doch auch noch wieder so ne... Wärst du nicht so spektakulär geplatzt? Oh, hier, wie schlecht. Das war's.